Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom New Lands. So, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir hatten ja irgendwie, ja meine Batterie war alle und ich konnte mich da nicht mehr bewegen. Und zum Glück wurden wir nicht angegriffen, denn ja, jetzt können wir unsere Münzen, haben wir denn welche? Ja, wir haben ein paar Münzen, die können wir jetzt unseren Bürgern hier geben, damit wir stärker werden. Und mit unserem Hirschen hier, oder was auch immer das ist, können wir leider keine Monster, also keine Monster, keine anderen Rehe zu uns rufen. Wir können die halt verlocken, aber irgendwie kommen die nicht. So, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Wir machen auf jeden Fall hier mal ein paar Boogies. Und, äh, noch so ein Farmer wäre nicht schlecht, ne? Ja. So, machen wir den auch nochmal. Okay, wie schaut's hier aus? Hast du was für uns? Ne, du hast nix, ne? Ja, komm, nimm mal eine Münze. Schenke ich dir. Zu Weihnachten. Ja, ich steh'n heute schon Weihnachten. Okay. Ja, her damit. Danke, Freund. Danke, danke, danke. Und ich schau' mal direkt links, ob es wieder ein paar Leute gibt hier. Oh, 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 das ist schön, das ist schön. Und das ist wunderbar. Und ich könnte eigentlich auch gleich mal angreifen. Obwohl, jetzt ist schon wieder Nacht. Her damit. Ähm, muss mal kurz schauen. Hier ist so ein Stützpunkt. Und hier auch. Ja, das müssen wir mal ausbauen hier. Auf jeden Fall müssen wir das ausbauen, damit wir hier mehr Geld bekommen. Ja, 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 das machen wir auch als nächstes. Und das machen wir als nächstes. Wie schaut's hier aus? Hast du noch eine Münze? Danke. Okay. Wir brauchen mehr Bürger. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr Bürger. Ja, denn die Boogies reichen nicht. Für immer. Hm. Ja, heute noch? Kommt ihr? Oder? Heute, jetzt kommt ihr heute. In dieser Nacht kommen bestimmt Monster. Also, letzte Nacht habe ich es noch mal so knapp überlebt, aber diesmal kommen bestimmt welche. Wo seid ihr denn? Da, guck mal, die Kamera, die ist schon weiter rechts. Wusste ich's doch. Also, Hauptsache jetzt überleben. Bam. Sauber, Leute. Sauber, sauber. Gut. Haben wir geschafft. Und wie schaut's hier aus? Hier sieht es auch sehr gut aus. Kommt, glaub ich, keiner mehr, ne? Ne. Gut. Dann will ich mal direkt hier weiter ausbauen. So, einmal hier. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, aber ich denke schon. So, kommst du auch mit mir mit, oder? Ich hoffe, meine Bauarbeiter, die kommen jetzt schnell. Hier lang. Genau. Hier lang. Hier lang riechen. Es gibt hier Futter. Happa, happa allein. So, ist ja jetzt egal. Der Baum muss weg. Na, guck mal, der folgt mir ja jetzt. Kommst du? Kommst du? Ja, komm. Obwohl, wenn wir einmal zuschlagen hier, dann bekommt er sofort Schiss. Ah, siehste. Das war's schon. Und schon hat er Schiss bekommen. So, hier noch ein Baum, glaub ich. Der muss auch weg. Und der auch. Ansonsten geht das nicht. Obwohl, hier. Ist ja noch eins. Cool, können wir ja machen. Ich glaub, das reicht sogar. Ich glaub, das reicht sogar. So, machen wir mal hier eins. Auf jeden Fall hier eins. Wir bauen das direkt aus hier. So, drei. Schade, hier gibt's aber keinen Stützpunkt. Für meine Boogies. So, das machen wir direkt nochmal. Und dann noch einmal. Und dann geh ich mal nach links. Vielleicht kann ich noch ein paar Rekruten holen. Komm, 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 komm. Nicht zögern hier. Wie sieht's denn hier aus mit dem Nest? Ah, nee. Die bleiben hier. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Aber das hier wollen wir direkt ausbauen. Aber erst mal. Erst mal hier, bitte. Volle Pulle. Danke. Und danach wollen wir das hier machen. Auf jeden Fall. Und das hier auch. Dang, 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 dang. Alle meine Entchen. Ja, passt gerade nicht. Aber, ja, so. Was machen wir denn als nächstes? Ja, ich wollte ja nach links. Allerdings müssen die erstmal hier die Mauer fertig bauen. Und dann. Habt ihr irgendwas für mich? Ja, habt ihr. Oh, das Portal, das ist ganz in der Nähe. Und die sollten also schleunigst verschwinden hier. Bevor die angreifen. Schnell zurück, Leute. Schnell zurück. Die bauen ja immer noch. Na los, schneller, schneller bauen. Oh, oh, wenn die jetzt angreifen, dann war's das. Oh, 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 verdammt. Verdammt. Tja, das war schon mal ein Schuss in den Ofen, ne? Hm, hab ich's denn geschafft, oder? Ich glaub, ich hab nix verloren, oder? Nö. Ich hab nix verloren. Ja, meine Bauarbeiter können hier jetzt, also meine Farmer können jetzt hier in Ruhe farmen. Hm. Ich schau mal nachher, ob hier auch genug sind. Hab ich denn irgendwelche Sachen verloren? Nö. Und das passt. Wie sieht's mit dem Portal aus hier? Portal ist geschlossen. Und so Ausdauer? Hab ich nicht. Ich muss ein bisschen Gras fressen. Hier war doch irgendwo Gras. Da. Schnell futtern. Futter, 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 futter. Sauber. Okay. Schauen wir mal kurz. Ähm, das war meine, für meine Burgenschützen. Ich will aber stärkere Mauern haben. Nur einer hier? Mano. Ich will aber mehr. Wage ich mich einfach noch weiter voran hier? War doch noch eins, oder nicht? Nee, hier war keins. Mist. Mist verdammt. Ich dachte, da wären zwei. Und wir sind wohl rechts zwei. Hallo, kommst du mit? Nee. Ah, doch. Da ist nur noch einer. Ah, hatte ich den nicht gesehen. So, komm bitte mit. Ich brauche Burgenschützen. Soll ich die auch mal stärker machen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, Portal ist nicht geöffnet hier. Futter, futter. Lecker schmecker. Eins, zwei, drei. Sauber. Nein, ist geschlossen. Zum Glück. Zum Glück. Okay, hier gibt es nix. Habt ihr was? Hier könnte ich noch einen Farmer gebrauchen. Eins. Einer ist hier. Zwei sind hier. Nee. Ja, hier sind zwei. So, futter mal was. Sauber. Schaut's aus. Hast du was? Ja, wir hatten ein paar Münzen. Hier, nimm mal eine. Äh, brauchen auf jeden Fall, brauchen wir so einen. Obwohl, ja, machen wir einfach mal. So. Und der Rest, Bogies. Ist voll. Toll. Achso, das wird, glaube ich, immer geklaut. Ja, das wird immer geklaut, wenn wir nicht genug Leute haben. Toll. Okay, Sonne geht wieder unter. Das ist brutal hier. Ich glaube, lohnt sich jetzt nicht, die zu rekrutieren, oder? Das ist brutal geöffnet hier. Hallo. Ist da jemand? Huck, huck. Ja, verdammt. Schnell zurück. Schnell zurück. Aber ganz schnell. Oh, ich hole dich nachher. Hm. Schnell zurück. Ah, guck mal, das habe ich jetzt hier und das werden die wohl schnappen. Leider. Und deshalb meine ich, warum habe ich denn immer hier eins weniger? Habe ich jetzt kapiert. Wenn ihr jetzt genau hinschaut, das wird bestimmt mitgenommen gleich. Ah, ja, wir trennen, habe ich so gesagt. Leider. Also machen wir das erst, wenn wir da genug Leute haben. Achso, das war es auch schon. Und jetzt gehe ich die mal holen. Ich hoffe, das Portal ist hier geschlossen jetzt. Friss mal kurz was. Fressi, fressi. Super. Willst du auch mit? Willst du mit? Ja, der will auch mit. Willst du auch mit? Ja, der will auch mit. Gut. So, hier haben wir einen. Und hier haben wir noch einen. Portal geschlossen. Bitte. Mauern machen wir einfach stärker. Portal ist geschlossen. Und sauber. Ne, unser Pferd möchten wir nicht wieder haben. Ich möchte jetzt noch ein paar Leute rekrutieren, schnell. Okay, das bedeutet nichts Gutes. Diese Musik. War doch hier noch was, oder? Oh, war das so weit weg? Wo war denn das andere Lager? Ah, da. So, jetzt aber. Schnell zurück. Schnell zurück. Jetzt mal noch ein paar... Ne, das mache ich noch nicht. Das brauche ich noch nicht. Noch ein bisschen Gras futtern hier. Hier ein bisschen Gras futtern. So. Gut. Und jetzt schnell zurück, bevor das Portal sich öffnet. Sauber. Ich hoffe, die Typen kommen auch rechtzeitig zurück. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich die Mauern gebufft? Oder die... Oder die Bogenschützen? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Ist hier noch jemand? Ne, hier ist niemand. Kommst du mit? Komm, du kommst mit. Na, aber. Futter, Futter. Da sind die Typen schon angekommen hier. Scheint so. Da sind nur noch zwei Bogen. Ist da was? Ja, der hat was für uns. Hier kannst du eine Münze haben. Friss doch was. Kein Hunger? Doch. Gut. So. Per mit dem Geld. Hast du auch was? Du hast auch was. Und hier gibt es auch was. Jawolle. Und hier brauche ich noch so einen Typen. Wie sieht es hier aus? Ist das Portal geöffnet? Ja. Portal ist geöffnet. Gut. So. Ich glaube, ich baue mal hier weiter aus. Muss mal kurz schauen. Hier. Die letzte Stufe. Ja, wenn ich noch drei Bürger hole, danach mache ich hier so ein Ding für, ja, wie heißt das dafür? Für eine Farm. Farm, Jungen. So, und danach greifen wir mal links, glaube ich, an. Obwohl rechts wäre auch nicht schlecht. Okay. Ui, 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 ui. Ganz schön viele geworden, ne? Okay, ich warte mich immer jetzt nach links. Ah, ich brauche mehr Leute, ey. Das dauert echt lange, bis welche kommen. So, friss mal was schnell. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Monster kommen, oder? Ne. So. Ihr kommt bitte mit. Schnell, aber. Ich glaube, die zwei Farmen, die reichen auch für Geld. Hab ich Geld im Überschuss? Portal, als nächstes bist du dran. Keine Angst. Ja, bald kommt bestimmt auch wieder der Winter. Wird dann auch schwieriger im Winter. Bis dahin sollten ein paar Portale zerstört werden. Sollen wir hier noch so ein Ding machen? Bin mir nicht sicher. Hm, das geht aber nicht, oder? Doch, wenn ich das hier noch zerstört, vielleicht dann. Mach ich einfach schnell. Habe ich hier so ein Ding drauf? Und hier mache ich auch noch eins. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Nicht, dass das irgendwie... Naja, mache ich am nächsten Tag. Glaube ich nicht, dass ich das jetzt schaffe. Her damit, her damit. Sauber. So, jetzt habe ich hier... Hier kommt noch ein Bogie hin. Wo sind denn meine Leute hier? Hier ist noch ein Bogen. Hier ist noch ein Bogen. Ja. Oh, Petal hat sich geöffnet. Ich weiß jetzt nicht von wo, aber ja. Irgendwann kommen jetzt auch wieder diese fetten Monster. Ich weiß nur nicht wann. Ja, Leute, wollt ihr nicht mal zurückkommen? So langsam, oder? Ah, hier ist das Portal geschlossen. Also greifen die von rechts an. Schauen wir mal. Oh, diese Musik. Ich hasse diese Musik. Ich bekomme da immer Panik. Ja, wollt ihr nicht zurück? Ah, habt auch schon gemerkt. Ja, der Typ da oben ist leider etwas... Etwas ungeschützt, aber ja. Hoffen wir mal, dass keine... Fetten Monster kommen. Oder fliegende Monster. Weil fliegende Monster greifen die Türme auch an. Kommen die doch von links, oder? Hier ist noch so ein Typ. Okay. Okay, da kommen die schon. Oh, verdammt. Verdammt, weg da. Weg hier. Schnell weg hier. Und mich die Mauer zerstören. Tot. Boah, haben wir zum Glück geschafft. So, ich will jetzt mal Leute rekrutieren. Ich weiß jetzt nur nicht von wo. Ja, obwohl das hier können wir auch schnell ausbauen. Mal einmal das hier. So, ich wag mich jetzt einfach mal vor. Ich will neue Leute rekrutieren, bevor die Nacht wieder einbricht. So, eins, zwei. Mist, ich kann jetzt nicht rennen. Schnell rennen.